ja grüßt euch leute wenn ihr noch mal eine rutsche black hole angassen schauen wir mal ob jemand kommt ja ist ja gut tausend nachrichten hier tja leute vergesst auf jeden fall abonnieren nicht und sowas glocke aktivieren im neuesten stand bleiben hier ja wohl die ersten 90 cent sind drin das war aber auch deswegen habe ich mich auch gefreut die 19 waren und sind safe hier sind am no wo ist das schon fertig das sind bilder der kriegste kommt der gallensaft hoch tausend sonnen was ja warte mal tun aber da rein hier ist noch ein und 10 mal ein bisschen mit den knochen hier dauert mir alles zu lange ganze theater hier die neten kann ich mir auch selber rein drücken gerade oben schmiert er direkt schon wieder ab hier der apfenarsch unnötige scheiß hier auch schon oben gewesen ich hasse es Ich spür mal ein bisschen auf schnell hier, dauert mir nämlich alles zu lang hier bei dem Spiel. Was ist denn für den Kackstern da oder was? Solche Kackbilder kriegst du ja wieder voll, wenn du da keinen Bock drauf hast. So Leute. Jetzt muss ich noch mal kurz die anderen Geräte ein bisschen hoch nehmen. Was ist denn mit selber an Baut der überhaupt auf? Hast du dich jetzt freigemacht? Bitte? Hast du dich jetzt freigemacht? Ja, mir ist ein bisschen wärm hier. Heißt die Merkur jetzt hier? Ach quatsch, die kann mich gar nicht belasten die Scheiße hier. Ja. 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 Scheiß wieder weiß er. Vielleicht schmiert er wieder ab da. Gönn doch mal ne Schar Erdbeere ey. Erdbeere? Hab ich gesagt? Erdbeeren? Komm Junge. Geier nicht hier rum. Ich steh ihn grad gut. Scheiß Nase. Jetzt komm Silbo mega unrichtig. Wieder? Ja. Dance for me. Dance for me. Dance for me. Hm 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 hmm. Der man eine normale Vernichtung. He he. Dicker kannst du mir ein Tee da bestellen? Was hast du auch? Pfeffermünztee. Jaja. es gibt doch kein alkohol dann hätte ich mir ein paar bier oder irgendwas weggedrückt ja ja logisch zwei zucker rein zum und kack einmal wieder so schön oben die junge und noch nicht immer den geier modus hier jetzt immer ein bisschen durch dann gehen wir in die pause und dann geht die party erst mal richtig ab hier ich kann nicht hören jedes jahr das gleiche guck mal hier jungen so lassen wir jetzt mit dem theater in die pause gehen leute und ja gesagt wir gehen mit der scheiße in die pause ganz geil ganz so nach der pause wollen wir wissen wo wir stehen hier ne das glick ist ja leute gucken wir mal wie es weiter geht bestimmt direkt der abfahrzeuge nach der pause und oh Komm, gönn noch ein bisschen. Ist egal, solange der nicht abscheißt. Dann müsste es noch ein bisschen Kleinkram geben, Minimum, weißt du? Ah, was schafft der? Komm, gönn noch mal eine Kackrutsche Erdbeeren. Alles oben, bis auf Anschlag. Noch mal ganz kurz hier, Leute. Könnt ihr euch mal kurz den Kranz hier angucken. Adventskranz. Schön die Kerzen am neuchten sind. Mit einem Puster ist alles weg. Ist der Novo schon wieder leer? Ja? Das gibt es nicht, Alter. Der macht mich fix und foxy. Na toll, wofür bringst du den Scheiß denn, ey? So Leute, wir spielen mal hier ein bisschen auf 18 weiter. Und hier habe ich mein Dings noch aufgeladen. 15 Ghosts leider mal auf doof gucken. Vielleicht geht der ja mal rein hier oder was? So. Hier geht's weiter. Oh, was ist los? Hier sind hier Bilder. Zweimal hintereinander. Nein, wer macht auch nicht so nix scheiße, Mann. Gönnt er und dann gönnt er wieder nicht. Oh, lass mal hinsetzen hier. Oh, lass mal hinsetzen hier. Oh, lass mal hinsetzen hier. Ich bin mal bis 250, guck dir das an, ey. Einen höher, ey. 5,7 oder da, ey. Ich hasse diese Bilder, ey. Wollen wir mal einen Schnelldurchlauf, Leute. Dann machen wir den Part auf Stopp. Dann werde ich mal hier einen neuen Part rausfrimmeln. Mal gucken, was der da macht. Oh. 32. Der gönnt hier Bilder, gönnt er. Aber danach schmiert er direkt wieder ab. Ach so, ist gut. Du kannst mal 5 Minuten so weitermachen, wenn ich hier auf Turbo spiele. Damit wir mal ein paar Kröten zusammenkriegen. Scheiße Eimer. Kommen die Geister, Junge. Jawohl, wir sind drin bei den Geistern. Dann gehen wir doch mal rüber. Komm Papi, mach dich vom Acker. Ich muss filmen. Ganz verschmutzte Horde Geister brauchen wir jetzt. Schmutziger Anfang. So könnte das etwas werden. Schwer. Jetzt muss er nochmal wieder kommen. Jetzt könnte er eine Drecksrutsche werden. Komm rein in den Block. Jawohl. Jetzt weiter. Do it, do it, do it now. Come on. Jetzt der Weg. Ja. Aber komm, jetzt der Weg weißt du. Auch voll ekelhaft. Kleiner Schlager weiß ich nicht. 20 Spiele ist okay. Schon mal ganz dreckig hier an meinem Kaffeebacher. Um Tee zu saufen. Komm, gönn mal einen hier. Ja, Rackwände. Was für Wände, Dicke. Hör auf, Mann. Es gibt keine Wände hier. Hier ist vorbei. Hier ist vorbei. Die, wenn die wieder kommen, bin ich zufrieden. Das sind diese positiven Läufe. Man sieht es. Ja, aber wenn ihr die Blöcke auch so zwischendurch zeigt. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Ist ja okay, klar. Aber am besten ist natürlich hier. Nur oben die zwei. Zweite und dritte Walze. Und dann kommen die nämlich permanent wieder. Ja, was soll der kommen, Mann. Kannst den Schlüpfer anlutschen, ey. Und dann nix. Komm, gönn jetzt. Zu viel Totentanz, weißt du? Zu viel Totentanz, weißt du? Da haben die Krücke, was? Das ist ekelhaft, ey. Das ist wie in die Genitalien. Das ist asozial. Das ist einfach nur asozial, sowas. Das andere Wort fällt mir dazu gar nicht ein. Was ist das denn, Mann, ey. Komm, Geist, auf zwei. Mann, 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 Mann. Da haben wir so einen brutalen Lauf bis 400 Spiele, Mann. Muss das einmal möglich sein, ey. Passiert dann natürlich nur auf 10 oder 20 Cent, verstehst du? Hm. Guck dir, dann hat er ein Schloss. Ich muss den Schloss an. Und tschuss. Ja, jetzt wird es eng. Ja, der bringt die Kombis da nicht rein. Zweite, dritte Walze müssen sie kommen. Wie mit diesen fetten Brechern in der Mitte. Schade. Letzte Rutsche. Alter, macht der so ein Kakerlaken-Kram da. Tja, Leute, damit beenden wir auch den verschmuddelten Dreckspart hier. Au, drei, Mann.